Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu unserer neuen Kanal-Vorschau. In Kürze stellen wir euch diese drei Spiele vor, nämlich Aftermath, Paladine des Westfrankenreichs und Perfect Match. Viel Spaß damit! Aftermath ist ein Spiel vom Autor Jerry Hasthorn mit Illustrationen von Trages und Jimmy Xia. Es ist für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren, dauert ca. 120 Minuten und bei Playtime Games und Asmodee erschienen. Die Welt ist untergegangen und die Menschen verschwunden. Kleine Nager wie Mäuse, Hamster, Ratten und Meerschweinchen bauen nun neue Zivilisationen auf. Die Spieler verkörpern eine dieser Gruppen und versuchen in einem Szenario-basierten Open-World-Setting zu überleben. Perfect Match ist ein Partyspiel von den Autoren Wolfgang Warsch, Justin Wilkers und Alex Haag. Mit Illustrationen von Nanna Was und Sophie Hannibal. Es ist für zwei bis zwölf Spieler ab zwölf Jahren, dauert ca. 45 Minuten und ist bei Mitspiele erschienen. Heiß oder kalt? Bei Perfect Match gilt es einen Tippgeber richtig einzuschätzen. Dies geht je nach Spieleanzahl entweder in zwei Teams oder kooperativ. Paladine des Westfrankenreichs ist ein Spiel von den Autoren Cem Phillips und S.J. McDonnell mit Illustrationen von Ja-Hallo Dimitrzewski. Es ist für ein bis vier Spieler ab zwölf Jahren, dauert ca. 120 Minuten und bei Schwerkraft erschienen. Glaube, Stärke und Einfluss. Alles ist wichtig, um bei Paladin des Westfrankenreichs effektiv die eigene Stadt zu schützen und schlussendlich die meisten Punkte zu sammeln.